Was? Willst du eine Kongo verkaufen? Dein Ernst? Nein, ich nicht. Das ist ein kleines Schiff. Du wolltest mal sagen hier. Juck auf die Horka, ja? Ja. Oh, Träger. Träger und 4-Zerstörer. Aber ein T4-Träger. Hä? Wie ist das? Ach, weil die in einer Division mit 5ern sind. Selber schuld, würde ich sagen. Na, die Träger sind in einer Division mit einem 5er-Schiff. Und, ähm, sie können ja nicht runtergecued werden, weil ein 3er nicht gegen 5er spielen darf. Also hat er so einfach 2 hochgecued. Haha, wollten sie aber nett ausnutzen, das Matchmaking. Klappt wahrscheinlich auch ab und an. Ähm, fahren wir hier rechts lang, wa? Weil die haben links den Träger. Ja. Ja. Komm. Masch, die Störer. Ja. und die zerstörer stehen immer störe naja das ist okay wie sieht er ab denn kommen wir da wartet uns die Frontline die harte Frontline hä wieso wer hat denn unsere Algerie da fast gelöscht hast du das gesehen fliegt er mich grad an den hat es ja wirklich komplett gelöscht war das denn für ein Schlachtschiff von der Aschitaka doch nicht oder ich glaube ich werde HE laden oh drei treffer das sind drei zerstörer hier ja ich denke mal hier gibt es nichts zu holen dann drehen wir mal langsam ab ah weiß nicht ob das zu weit vorgehalten war ne 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 doch doch warte lass mich damit du mich nach vorne schiebst gut passt alle gut ha das zerstörer gut dann drehe ich mal meine Kanonen würde ich sagen rein und die Mars wird auch gleich sterben aber dass der sofort tot hat kann ich nicht nachvollziehen oder ja tja wenn man sich verschätzt echt die Ducada Oster echt die Ducada Oster komplett drehen ey er dreht nicht ein schade oh trotzdem getroffen ja können wir der ah ne unserer Mars nicht helfen ok sie sollte nicht reinfahren ah guck mal da ist eine Lyon oh da ist die Z wieder die die Lyon wird doch bestimmt gleich auf mich stehen die kommt gleich breitseitig herum da kriege ich meine Oka Tanka auf beidseite guck mal aus na na oh das war gar nix bremsen au ja Ashitaka hat mir grad richtig gegeben naja das ist ein Schaden ne haben wir sie mit ja komm die sitzen oh wow 5 Durchschüsse was war das denn kannst du mal bitte gut die Lyon ist weg dann können wir hier erstmal abdrehen oh die hat voll einer in die Seite geknallt da ist auch ein Taka macht richtig Schaden ne ja oh schade schade die sollte ja wohl weg gehen ey dass der keine Zitadelle bekommt hey ey dass der keine Zitadelle bekommt hey keine Torpedos bei mir okay keine Torpedos bei mir die die Ashitaka ist ziemlich nervig hier im Rücken naja da haben wir Torpedos oh nice okay ich würde jetzt ein drehen und gegen die Ashitaka spielen mhm aber ich glaub mal rechts rum genug rum gespielt oh 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 leu okay dann äh muss die die warten ja Ashitaka wobei die lineup dass die auch wie z kann ich mal kurz hinter den Wand stehlen, damit ich das nicht verstehe? Aua! macht richtig schaden, das ist ja nicht warum vor allem ins Heck er bewegt sich halt noch nicht war dann wieder Ah, Rateriko, Glückwunsch! Na! Oh verdammt! Oh, es ist wieder da immer, immer! Bauer! Ich würde mit dem Maastroen machen können, oder? Wie? Und zu Tobi? Die sind nicht mehr? Ey, die macht echt mit jedem Treffer so viel Schaden, wa? Ich weiß ja nicht, ob sie gespielt hat. Oh, er lebt noch! Gut. Ich kann grad nicht wirklich eindrehen. Weil die Ashitaka zählt noch auf mich. Alfred! Okay, jetzt! Typ! Da muss ich drüber zu machen. Da kann ich Gneiser noch mal rein. Oh wow! Ach na, Gneiser noch ist ja auch noch, das ist ja super! Da muss ich einfach mal ein bisschen Gleichstand raus holen. Hm. Ach, da ist, da ist noch ein Zerstörer! Ja ja, den anderen noch. Wir haben noch zwei. Ich hoffe, die Ashitaka haut mir jetzt nicht die Wasser ein. Ich kann dran fahren. Ah, die Maast kommt, hm. Die Maast gibt mir keine Sicht. Boah, die Kugeln fliegen so langsam! Wie ist das denn? Das Philip? Woh! Wie ist das? Ich hab das hier gefragt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Es geht nicht. Oh, da ist auch noch eine New York. Okay, zu weit vorgehalten. Jetzt stecken wir hier an mit der Gleise noch. Okay. 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 Ich will mich drehen. Okay, guck nicht zu mir. Ja. 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 Okay. 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 Nein, sind alles tot Mehr Schaden Oh scheiße, er ist wieder ready mit schießen Ich bin der wieder in Ruhe Ach ich krieg halt meine kanonen gerade nicht gedreht weil er mir den back turret zerstört hat die maß hätte auch einfach beschleunigen können und mal rauf schießen können ja typ kriegst du überhaupt nicht mit ne mit der new york da das ändert trotzdem nicht viel daran weil die gerade zwei punkte haben aber wenn vier zerstörer bei uns waren warum haben unsere da nicht gekämpft wenn sie schon nicht gegen die gekämpft haben naja 700.000 verdient bin zufrieden ja und ich habe ein premium schiff gespielt ich habe ja deswegen noch mal mehr bekommen aber echt dass da meinen hack turret zerstört ja ich konnte nicht mehr auf ihn schießen ja frustrierend man muss halt sagen es sah von anfang an ziemlich schlecht aus ich fand es eher erstaunlich dass wir es noch so knapp halten konnten war dann auch wieder frustrierend dass wir das nicht nach hause bringen konnten das ist ein nettes matchmaking naja normalerweise stören sie dich nicht so sehr wenn deine eigenen zerstörer gegen sich spielen so wenn du jetzt ehrlich bist wenn ich dann immer zerstörer spiele ich spiele ja mit denen du hast ja mit denen dann meistens gar nichts am hut aber wenn unsere halt irgendwo nichts tun oder was auch immer dann ist das schon recht ja dann ist das schon problematisch wer fährt was da kannst du es an den steinen lang muss ich mir daran denken was die die jork, die jork spielt sich echt nett erstaunlicherweise wobei ich das gefühl habe als würden die he kugeln mehr flattern wie die ap kugeln aber ich glaube das kann nicht sein weiß nicht, aber fühlt sich irgendwie so an ne jetzt doch noch nicht noch sind die torpedos bei allen auf cooldown das ist okay wo das denn? ach da hinten ah der hat nicht geschossen die miyoko, ne die schießt doch gar nicht so weit ja, und schon sieht man nix dann lass dich einfach zugehen dann schießt halt keiner erstmal da war man noch sichtbar, ne? echt? hast du gerade geschossen gehabt? ein paar Minuten bin ich raus der zerstörer ja relativ dicht sein also ich bin nicht offen ich glaube die fahren alle rum kann das sein? kann das sein? ich fühle dich ja schon wieder auf mich na los, warum zerstörer brauchen sicht ich will ja nicht demanding klingen, aber sehen die mich schon wieder? ja weil die recht nah sind, da ich hab ja überhaupt nur noch gesteckt was da da sind da sind da sind da ist Ich bin schon wieder an die Fakulte für Buki. Nein, das ist besser. Na? Ah, zu langsam meine Kugeln, ha? Was, zu weit oben? Unsere Kita Kase fährt halt auch permanent hinter den Steinen rum, ja? Also... Du kannst ja vergessen hier, ey. Dann fahr ich jetzt halt. Ist mir zu blöd. Tch, echt ey. Klaut's ja nicht. Ich würde den ja jetzt voll gerne flame den Typen, aber es ist ja egal. Der hockt da halt hinter dem Stein. Ah! Aber was macht der da? Ach, keine Ahnung. Er nicht, hä? Na gut. Wow, ein Treffer und ich brenne. Ja. 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 Okay. Sorry, aber nein. Ey. So ein Müll. Ja. 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 Das ist eigentlich nicht lustig. Das ist eigentlich nicht lustig. Das ist eigentlich lustig. Das ist eigentlich lustig. Ja. Das ist nicht lustig. Das ist eigentlich lustig. Das ist eigentlich lustig. Das ist einfach nur eine Fakten. Das ist einfach nur eine Fakten. Und ich kann sogar eine Fakten. Tja, naja. Ich sag mal, entweder er holt den Capture Point der Leerwahl in dem Moment, oder er scoutet. Aber hinter einer Insel stellen außerhalb vom Capture bringt halt gar nichts. Wo wollen wir hin? Und dann? Hm? Ach, wir sparen zu ziehen. Komm. Wenn ich so einen Grenzerstörer spiele, habe ich nie die Chance zu machen. Boah, ey, man kann sich da echt gut drüber aufregen. Na gut, egal. Nächstes Spiel. Jetzt weißt aber schon wieder, warum ich gern Zerstörer spiele, ne? Was? Das klang voll sarkastisch. Aber nein. Einfach weil man versucht, irgendwie trotzdem, sag ich mal, ein bisschen nützlich zu sein. Ich kann halt verstehen, dass man im Grunde mit der Kitakase oder so halt dauerfeuern will, aber wenn du der einzige Zerstörer auf der Seite bist, dann jätet halt in dem Moment nicht Ach, die Stände sind ja zwischen den Bergen Icarus Gebarth? Ach, die schafft es schon Mal gucken! Flieg und Sieg! Zumindest, ich glaube ich bin rüber gekommen, aber nicht wirklich, ich weiß nicht Oh, echt 200 Sekunden auch? Oh ja, hab ich schon gesehen Unser Gepard ist down, hä? Ja, aber ja, leider mit ihm auch Keine Ahnung, ob die treffen Oh, der ist ja sogar reingefahren Da kommt ein Kirob hinterher? Ne, ich glaube die haut schon ab Also ich würde nicht reinfahren, ich werde jetzt einmal mit auf die York schießen Ne, werde ich nicht, weil die dreht hinter den Berg Das sind die York-Torpedos Oh, wie leidst du denn da an die York? Oh, Furu-Taka Wann dann rum? Ja, ja Die Leon kommt Ich habe mich Ich habe mich Ich habe mich Oh, ich habe mich Ich habe mich Kann ich nur auch gehen rückeln? bei der leon ja 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 sie hat getoffel pupst hier auf dein ernst aber du schleunigst schneller als meine kugeln fliegen ich überlege gerade ob ich zu b rein fahre hat das noch eine new york abgedreht bilserling wow gut gemacht ja wofür 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 ich fahre hier geschwind herum hier war doch gerade einer da oh schöner treffer warst du das oh verdammt ne der träger und ich habe die flak auf der falschen seite hier hier dann hier Bittische Maschinen schalten! Bittische Maschinen Lass mich lenken Warum? Iron Duke? Ne, ich will im Capture Point bleiben Hä? Hoffentlich nicht zu Iron Duke ziehen Gehen Huch, Nagato Langsam wird es hier enger grad Was ist das? Ja Oh, pretty, nice pick. Here we go, New York. Wow, that's great. mal gucken ob ich der amelie helfen kann Awa Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn und die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn und die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn und die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Nice. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn und die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn und die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn und die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn und die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn und die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn und die Streuung der HE-Monie ist das Wahnsinn. Das ist der Punkt. Also der kommt von... Ah von da hinten, ok. Henke mal zwischen den Inseln. Da hängt er noch mal. Ja, da wird er ganz hinten in der Ecke hocken. Also die Emily hat die nicht gesehen, also hängt er wirklich ganz hinten in der Ecke. Also Andrea kann ja das ganze Spielkampf nicht machen. Ja, mir kann er eigentlich nicht viel, aber... Das ist in Bayern irgendwie ohne, oder? Na, wenn er schon angefangen hat auf Secondary zu skillen, dann wird's eher schwer. So, ich bin entdeckt. Was für ein Flugzeug entdeckt mich denn? Ich sehe hier kein Flugzeug. Wo ist denn das Flugzeug? Da ist das Flugzeug. Ah, er ist hier bei A. Ah, er kriegt echt zwei los. Nicht schlecht. Ja, der andere hat nicht gezündet. Ich komme jetzt nur leider hier um die Kurve nicht mehr rum, das ist blöd. Also, ich soll auch noch ein bisschen machen, dann fahr mich halt so ein bisschen schaden, indem ich die Flugzeuge jetzt da puttau. Und dann muss ich haben, dass ich keine Ausflugze um und dann fahr mich halt so ein bisschen schaden kann. aber das ist jetzt nicht so, das passt schon na komm wir spielen, wie gesagt ich hol mir meine XP jetzt so da gewinnen keiner seit ihm nicht mehr da ist er ja wieder das ist aber keine volle Klappung mehr oder? da ist er, ah er ist schon rum, schade also er ist ja nicht gerade langsam er ist ja, ein Träger ist ziemlich schnell hast du den Abwurf verpasst oder was war? oh jetzt ist meine AA aber auf der falschen Seite hast du denn dein Flugzeug kaputt geschossen? ja 6.000 points weniger Geld bekommen als bei der Niederlage ne? 1.000 points guck mal wie viele Flugzeuge ich runter geschossen hab ich bin 1.000 geworden ne? herzlichen Glückwunsch, sehr sauber können wir ja nochmal, wa? 05.000 points No mit